ich habe auch noch eine booster ja fängt mir gerade so ein bisschen auf was haben wir denn hier ich habe kampfpunkte kampfpunkte boost glaube ich nicht das ist schlimm kann ich ja gleich starten ja jetzt nicht so lange nicht mehr gesagt so lange drei wochen jetzt nicht mehr drei wochen haben wir jetzt erst war ostern dann war glaube ich einfach hier nicht über die mittelsicht da und dann kann ich mal markus verletzte woche nicht so letzte runde auf der playstation 4 bei mir ja bei euch nicht aber ich habe sie ja gerade ich bin noch dran aber ich bin auch die ps4 version hier spielt auch die ps4 version auf der ps5 ok 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 das habe ich nicht gemacht weil ich habe es ja alles gut ja ich guck mal dass vielleicht vielleicht setzt sich das weiter ja ich sehe es habe es gesehen weil wir dings ich fange schon kurz an viel zu teuer ich habe meine damals ich habe meine damals 440 bezahlt für meine erste ich habe die von der von der von der von der die die vr 1 hier wo ich habe ein was ist es jetzt ja ich weiß das ist Das war der Jekyll, glaube ich. Ach, er schreckt mich doch nicht so. Ich seh's auch gerade. Ich so, ups, aber das krieg ich doch immer auf die Socken. Aber dann wird der Rest einfach der Rest nachher scheiße. Ja, mal gucken. Ah ne, auf der Treppe, da kann die Jana noch dazu. Ah, kommt doch nicht alle zu zweit. Naja, ich hab schon gemerkt, Jekyll und Konsortium, ja, da hängen sie zu zweit auseinander. Ah, Zeder-Jekyll, Mann, gefühlt habe ich immer wieder den gleichen. Der Brillen-Joe. Ach, kommt doch hier, danke. Wieder ein Jekyll. ich bin nicht schlecht ich werde die kritik jackel und es war ja es bleibt Ich bin noch freigegeben. Oh, 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 oh. Eine Minute. Ach, das ist doch nicht wahr. Ich habe zwei Kills, ich bin ja überhaupt nicht drin im Spiel. Na gut, Lagepause halt. Na ja, Schrift, warum? Und dann von der Seite die Scheiß. Was ist das, ey? Die auf der Treppe hätte ich gekriegt. Nur noch zehn Sekunden. Fünf Sekunden. Na ja. Na ja. Dein Team siegt. Pfff. Egal, was ich gemacht habe. Pfff. 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 Oh Gott. Pfff. 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 Nee, ich muss jetzt mal überprüfen alles. Ich kann nichts machen hier gerade. Ja, ja. Weiter mal. Doch, in drei Tages... Oh, jetzt schon wieder? Ernst und willst du schon wieder? Jetzt. Okay, drei Tagesboost, ja. Egal. Komm, einfach rein mit euch. Ansehensboost. Drin ist er. Drin istügen. Wir gehen mit euch. Lasst euch nur noch mal A